Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Linsen-Bolognese. Die Linsen-Bolognese braucht wie ihr italienisches Vorbild eine ganze Weile auf dem Herd, um die gesamte Breite ihres Geschmacks zu entfalten. Wer weniger Zeit zur Verfügung hat, kann sie auch am Vortag zubereiten. Die Vorlage zu diesem Rezept stammt aus dem Artikel 5 Rezepte mit Heiligenschein aus dem Zeitwissenmagazin 01-2019. 100 Gramm Sellerie, 100 Gramm Möhren, 100 Gramm Zwiebeln, 100 Gramm braune Champignons, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel brauner Zucker, 800 Gramm Tomaten in Stücken, 150 Milliliter Rotwein, 150 Puy-Linsen oder grüne Gourmet-Linsen, 1 Esslöffel getrockneter Rosmarin, 1 Teelöffel getrockneter Thymian, 3 Blatt Lorbeer, 1 halber Teelöffel Chili-Pulver, 100 Milliliter Olivenöl, Pfeffer, Fleur-Dousel oder grobkörniges Salz. Möglichst gusseisener Topf, Kochmesser, Schneidebrett, 1 bis 2 Schüsseln. Gemüse putzen, schälen und fein würfeln. 60 Milliliter Olivenöl erhitzen. Möhren und Sellerie anbraten. Zwiebeln, Tomatenmark und Champignons dazugeben und anrösten. Zucker hinzugeben und leicht karamellisieren lassen. Mit Rotwein ablöschen. Tomatenlinsen, Chili, Rosmarin, Thymian und Lorbeer einrühren. Mindestens eine Stunde im geschlossenen Topf leicht köcheln lassen. Gegebenenfalls Wasser nachfüllen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit Olivenöl und grobkörnigem Salz bestreuen. 500 Gramm Tagliatelle Reis Die Linsen-Bolognese lässt sich gut einfrieren. Gemüseeres Schwierigkeit leicht bis mittel Rezepte mit Alkohol Vegane Hauptspeisen Bolognese-Soße Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Reiges Die Linsen-Das Feierige Vielen Dank.